Mein Name ist Maurice, bin 20 Jahre alt, komme aus Essen, trainiere jetzt seit fünf bis sechs Jahren. Jetzt dieses Jahr erst mal auf die Bühne bei Body Extreme in Fulda jetzt am 19. April ist das Finale. Und dann ist am gleichen Tag noch der Newcomer-Wettkampf. Also ich bin 1,74 groß, 86 bis 87 Kilo derzeit in der Diätphase, nur Off-Season 10 Kilo mehr. Ich schaue mir jetzt die Wettkämpfe an, wie die laufen. Also ich bin dann noch zwei Wochen später auf der NRW-Meisterschaft und gucke, wenn ich das Ticket dann zur Deutschen kriege. Auf jeden Fall noch durchziehen und dann gucken, was sich ergibt, wie es sich entwickelt und mal schauen. Ja, Samstag, Sonntag sind die Termine. Samstag gegen 17 Uhr, Sonntag gegen 15 Uhr auf der BB-Komm-Bühne. Ist das die Hauptbühne, Halle 10.2. Auch durch Body Extreme möglich gemacht. Also wir haben da einen Athletenausweis bekommen. Tolle Sache auf jeden Fall von denen. Und ja, klar ist man aufgeregt. Erstmal vor großem Publikum, sag ich mal. Gucken, wie das ist. Ich denke mal, wird viel Spaß bringen. Und dann einfach schauen, wie sich der Wettkampf entwickelt.